Am Hang des Gebirges legte dieses Dorf mit illustrer, mittelalterlicher Vergangenheit. Treuer Hüter seiner Geschichte. Die Burg ist sein Wahrzeichen. Wo Spazierengehen ein Luxus ist. Mit der größten Kirche des Bezirks. Hier sind uralte Gewerbe erhalten, wie die Weinverarbeitung. Heimat der guten Küche und der reinen Luft der Sierra de las Nieves. Jungkehrer, ein Märchen aus Sonne und Bergen.